Wir sind in so schönesten Mexiko. Hallo, mein Name ist Ines Einspann und ich war vor kurzem im Februar mit meinem Bruder gemeinsam in Mexiko mit Max Trotter. Bei der Buchung war es wirklich super. Unkompliziert, relativ schnell, relativ rasch. Zubuhören waren auf jeden Fall auch möglich. Wir haben Mexiko sehr genossen, wir waren positiv überrascht. Das Ganze ist reibungslos abgelaufen, die Fahrer waren wirklich toll. Die tollen Bilder, die dabei entstanden sind, das war ein Erlebnis, war wirklich super. Auch im Internet war es kein Problem zu buchen. Und jederzeit gerne wieder Max Trotter, es hat es einfach klasse. Und ja, adios Mexiko, bis bald, auf Wiedersehen.